Schönen guten Abend Marco. Fürsagen stelle ich einfach mal selber kurz vor. Ich heiße Marco Ciarabona, bin 16 Jahre alt, spiele bei 07 Ludwigsburg und meine Position ist Lenker Flügel. Du bist dieses Jahr neu zu uns da zugestoßen. Was waren für dich die Gründe zu uns zu wechseln? Also ich war ja damals schon hier, da bin ich aber gewechselt. Aber da habe ich einen neuen Verein gesucht und da mir 07 damals sehr gefallen hat, bin ich halt wieder her. Was sind deine Ziele mit der Mannschaft in dieser Saison? Mit der Mannschaft werde ich schon ganz oben spielen, um den Ausstieg. Das werden wir uns alle gut verstehen. Und was sind für dich deine persönlichen Ziele? Also ich werde mich eigentlich selber verbessern. Ich will auch der Mannschaft helfen. Und ja. Und du bist jetzt wie z.B. Emre oder Leon oder sowas, bist du neu dazugekommen, hast viele neue Jungs kennengelernt. Was denkst du über die Truppe? Ja, sehr coole Truppe. Lustig. Haben halt immer Spaß. Das ist cool. Und angenommen Joachim Löw würde morgen früh zurücktreten und würde dich zu seinem Nachfolger auserkoren, welchen Spieler würdest du sofort in die Nationalschaft berufen? Also muss es deutsch sein? Kann auch von der Anfangsarbeit sein. Dann Neymar. Neymar würdest du rufen, ok. Und eingenommen, morgen früh wachst du auf und hast 300 Millionen Euro auf deinem Konto, welchen Spieler würdest du sofort zu 07 holen, um mit ihm zusammen zu spielen? Messi. Messi, ok. Keine schlechte Wahl. Marco, dann sagen wir danke für das Interview und wir werden uns bald wiedersehen. Schönen Abend noch. Tschüss.